I'm West, Jim West, Desperado, Rough Rider, no you don't want nada, none of this, it's gunning this, rather running this, Buffalo Soldier, look, it's like I told you, any damseld ass in distress, be out of that dress when she meet Jim West. Mir hat heute Morgen ganz eine freundliche Dame aus Genf angerufen, wegen der Taschenrechnung. Und Bonjour Madame, commentez-vous, das war ein ganz herzliches Telefongespräch, weil ihr Chef wollte unbedingt den Rechnen und es kam kein anderer auf eine Schreibtisch. Dann musste ich zu ihr sagen, liebe Damen, ich weiss ganz genau, ich weiss ganz genau, von was ihr Chef redet, weil ich auch kein anderer mehr will. Und immer wenn der Thomas kommt, dann gibt es ja frischen und unpasteurisierten Apfelsaft, das hier. Und das ist eben eine Nummer, weil das hat deine Darmflora ein wenig in den Schuss. atle, ready for battle, bring all your poison, and kind of poison. Behind my back, got everything you did, front and center, now when you look back here, who that is. Ein mean brother, bat for your health, looking damn good though, if I can say it myself. Tobey Loveless is a madman, my outfit hat he got mad weapons too. Ain't tryna hear that, tryna bring down me the champion gun. When y'all clowns go and see that it can't be done, understand me son. i'm the slickest they is i'm the quickest they is Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Dann hatten wir Hirsch-Schnitzel mit frischen Spätzli. Die Äpfel mit Preiselbeer-Gumpi. Wild-Preiselbeer-Gumpi. Und dann hatten wir Spätzli. Spätzli hatten wir dazu. Frisch hausgemachte, saubergemachte Spätzli. Ich glaube, ich glaube, das war der Teig ein bisschen flüssig. Aber dann gab es noch ein bisschen Rotkrug. Und jetzt eben noch... Und dann noch ein Dessert. Und jetzt eben noch die Farben den Herbst noch ein bisschen geniessen. Und das war es auch schon gewesen. Danke fürs Zuschauen. Und bis bald. Ah ja, meinen Kanal abonnieren. YouTube. Ja bitte. Ja sicher.